Guck mal hier, was ich da habe. Lecker Pommes und Holz. Guck mal. Krasse Scheiß. Wir haben Chips and Fish hier gerade und wir synchronisieren das nach, weil der Ton nicht richtig funktioniert hat. Das heißt, Christian und ich machen jetzt hier quasi unser Director Commentary über das Video, wo wir Fisch und Chips essen. Nicht wahr? Das stimmt, wir haben uns zum ersten Mal Fisch und Chips bei... Wir sind da in der Gosse gewesen. Wie die Penner waren wir da unterwegs. Es hat überall geregnet. Und haben uns bei Pete's Fish Factory Fisch und Chips geholt. Und dann probiere ich das erste Mal. Oh, den doch nicht. Oh, geil. Das sind Chips, also French Fries mit Pommes mit Essig. Und ich glaube, meine Antwort war, schmeckt wie Pommes. Schmeckt ja genau wie Pommes. Schmeckt gar nicht mal so schlecht. Ja, schmeckt doch gar nicht mal so schlecht. Ja, eben. Da hat Johnny voll den Quatsch erzählt. Das passt schon durchaus. Also guck mal, da sagt glaube ich auch, Johnny hat voll den Quatsch erzählt. Was ist denn das für ein Vollidiot? So, jetzt probiere ich mal. Genau, ich habe mich darüber aufgeregt, wie man mit Holz dieses Riesenstück Fisch essen soll. Aber aber ich habe es irgendwie gekriegt. Ja, na, schmeckt wie Fisch. Ja. Wie Backfisch. Richtig, schmeckt wie Backfisch. Und dummerweise ist das Video jetzt vorbei. Moment, das ist schon eine leichte Verzögerung. So, wir hatten natürlich schon nur eine Gabel. Ich probiere jetzt auch mal. Du isst doch gar nicht. Stimmt. Ja, Moment. Also es schmeckt eigentlich gar nicht so schlecht. Also Moment. Hä? Ich weiß gar nicht, weil Johnny sich da so anstellt. Also das sind Pommes, das schmeckt voll gut. Also ich weiß echt nicht, was der da so hat, warum der sich da so anstellt. Achtet mal links auf das Schild bei der Tür. Schmeckt ein bisschen nach Pommes mit Essig. Und Salz. Weil da steht Mäher drauf. Hä? Was? Stimmt. Hä? Wir sind verfolgt. Wo ist der? Ich glaube, den habe ich da gesehen. Da war der Bürgermeister von Margret. 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 Wir stehen vor deiner Tür. Aber guckt euch das mal an. Hier, die Pommes. Genau. Und ja, da ist das Fisch. Ich mag eigentlich keinen Fisch. Schmeckt wie Fisch. Da. Schmeckt wie Fisch. Ne, Fischstäbchen. Schmeckt wie Fischstäbchen, habe ich gesagt. Richtig. Aber zieht euch mal die Pommes rein. Die sind mega dick und deswegen auch ein bisschen wabbelig. Aber der Fisch, der war schon echt ein bisschen knusprig, fand ich. Ja. Und trotzdem noch weich und geil von innen. So wie die meisten Frauen. Okay. Aber es hat echt sehr lecker geschmeckt. Also das muss man einfach mal sagen. Ich habe es mir sehr viel schlimmer. Sehr lecker. Ja, aber ich habe es mir so schlimm vorgestellt. Ja. Nach dem, was man da so hört über, vor allen Dingen, wenn man sich das... Boah, krasser Shit. Wir reden jetzt einfach weiter. Genau. Wenn man sich das so überlegt, Essig mit Pommes, das geht doch gar nicht. Aber ein bisschen Salz, Pommes, Essig, probiert es einfach mal aus. Also so schlimm ist es nicht. Ja, sehe ich genauso. Das war unser erstes Mal Fisch und Chips ohne richtigen Ton mit unserem nachgemachten Ton. Auch wenn wir wie die Penner unter der Brücke gegessen haben. Im Regen. Ja, weil wir so dumm waren, dass wir von einem Take-Away, also von einem nur Mitnehmen-Laden, Fisch und Chips gekommen sind. Verkauft haben, während es regnet. Ja. Muss man auch erst mal machen. War aber eine geile Erfahrung. Pete's Meet Inkompetenz. Deswegen wollten wir ja auch das Video nicht wegschmeißen. Vor dem Haus des Mayors. Ja, genau. Okay, jetzt genug gelabert. Podcasten machen wir ganz woanders. Unter anderem auf Pete's Meet.de slash PeteCast. Boah. So, jetzt ist es gut. Tschüss. 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 Tschüss.